Also ich bin Kugler Maximilian. Mein Arbeitsgebiet ist quasi von Dollenstein bis nach Regensburg oben, bis Ingolstadt unten, so ungefähr dieses Dreieck. Ich bin jetzt seit ungefähr sechs, sieben Monaten mit dabei. Also ich kann wirklich nur sagen, ich schwärme total dafür, für den Beruf, für die Handwerker selber, der Ungarn miteinander, auch in der Firma, ist wirklich voll. Das Extremste, was mir aufgefallen ist bei der Magnetic, war definitiv, dass man einfach eine Familie ist da bei der Magnetic. Dass jeder miteinander auf Augenhöhe redet und jeder jeden akzeptiert, egal ob er jetzt der Chef ist oder Produktionsmitarbeiter. Kurz gesagt, wir sind Experten im Bereich Wassertechnik, das heißt im Bereich Trinkwasseraufbereitung und Heizungswasseraufbereitung und das alles nach der V&I 2035. Im Endeffekt, dass ihr zu Hause komplett duschen, spülen und eure Heizung sauber läuft, dafür sind wir zuständig. Der Handwerker ist ein schöner Kollege, kann man fast sagen, oder ein guter Kunde, weil er einfach direkt ist. Er sagt, was er will und man weiß es meistens eigentlich relativ schnell, worauf er werkt. со So 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 Untertitelung des ZDF, 2020